So, und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Skyrim, hier bei mir auf dem Kanal, heute ohne Julia, und mein Chat schreibt wieder ein passender Schnitt, es ist jedes Mal spannend. Ja, der Autodirektor funktioniert gut. Eigentlich nicht, das ist nur ein Timer, der abläuft, der Timer ist eingestellt. Ich glaube, bei dem Spiel, kommt aufs Spiel an, bei dem Spiel ist es irgendwie zwischen 40 und 50 Minuten sowas in dem Dreh. So hätte ich gerne die Folgenlänge, es ist halt bei RPG, es muss halt längere Folgen einplanen, das geht nicht anders. Und das ist eigentlich nur ein blöder Zufall, dass das jedes Mal sich so schneidet, selbstständig. Also hier auf der Brücke habe ich erstmal nichts gefunden. Ich könnte das natürlich noch auslösen, dass der, ich habe noch so eine Taste hier, so ein Skript, ich habe das mir so ein Skript geschrieben, könnte das noch auslösen, dass die Folge jetzt direkt beendet wird, falls ich das Gefühl habe, ich muss das beenden. Oder ich kann das sogar noch verlängern, immer in 10 Minuten Schritten, ob ich die Folge noch etwas länger haben möchte. Das ganze System ist super geil, es gibt eigentlich nichts zu verbessern. Nur, ich habe das Problem, dass ich die Zeit, nur die Gesamtzeit sehe von der Aufnahme und die liegt jetzt bei 4,5 Stunden. Aber ich hätte gerne die Zeit der aktuellen Folge quasi, das wäre viel interessanter. Also ich weiß, na gut, hier kann ich an der Stelle, kann ich jetzt nochmal 5 Minuten dranhängen. Das geht schon, weil ab einer gewissen Größe werden die Files so groß, dass es uploadt, dass es einfach zu lange dauert. Also bei dem Spiel ist es schon extrem, ich habe hier teilweise 17, 18 Gigabyte pro Folge. Wenn du halt viele Bildinformationen hast und auch noch eine hohe Länge, eine große Länge an Folge, dann kannst du das schon mal echt ein Problem kriegen. Der Kästmarker will mich rollen, glaube ich. Finde, ich kann jetzt aufklappen. Finde, Findeerei das Überreste. Wilhelm hat erwähnt, dass es eine kleine Insel im Gerassee gibt, auf der sie gern Zutaten sammelte. Ei, ei, ei. Wir könnten natürlich die Fähigkeit Hellseher ausrüsten, aber ich glaube, der würde mir auch nur auf den Questmarker zeigen. Liegt hier vielleicht irgendwo eine Leiche oder muss ich wirklich in die Höhle rein? Vom Gespräch her würde ich auch in der Höhle schließen, ehrlich gesagt. Weil warum soll er das extra erwähnen? Oh, der Questmarker zeigt natürlich auf die Brücke. Vielleicht haben wir auf der Brücke... Oh, guck mal. Das waren nur die Fischer, oder? Aber hier ist auch niemand, ne? Wolfskönigin, da ist nix. Aber nix stehlen hier, ne? Das ist nur ein Nehmen. Wir nehmen es erstmal nicht. Bier. Angeln und Bier. Ist schon ein bisschen missverständlich. Angeln könnte man eigentlich auch mal. Im Singleplayer müsste es funktionieren. Das Creation Club-Content. Warum ist denn das fertig? Ich habe es doch vorhin da stehen lassen. Okay, das ist nur so ein Angler-Point hier, glaube ich. An dem du eine Quest machen kannst. Ach, das Wasser, wie schön das aussieht. Und der Fluss. Ah! Ich will einziehen in das Spiel. Eklig. Eklig gut. Ich hasse solche Spiele, die eklig gut sind. Haben wir jetzt das ganze Wochenende nicht spielen können quasi, weil Julia war nicht da. Und wir haben gesagt, wir spielen Monat zusammen. Dass wir ungefähr gleich bleiben von der Lore her. Und da konnte ich das ganze Wochenende nicht spielen. Das war schon ein bisschen ärgerlich. Also war schon ein bisschen nervig, dass du den hast, weil du echt Bock hast auf die Scheiße. Oh. Da muss man sich schon ganz schön zusammenreißen. Da habe ich schon kurz überlegt, ob ich so einen Testspielstand mache, wo ich ein bisschen rumrenne einfach. Auch ein bisschen blöd. Sarkasmus ist die linke Hand des Teufels, mein Freund. Im Wasser gibt es auch interessante archimistische Zutaten. Ach so, das war quasi ein Hinweis. Das war ein Hinweis, es war kein Sarkasmus. Also findet man das Mädchen vielleicht im Wasser. Eventuell könnte man sein, könnte sein, dass man sich im Wasser finden. Das stimmt ja vielleicht der Questmarker, doch. Und Pilz. Stimmt. Da gibt es archimistische Zutaten. Nämlich die alte Ekelpilze. Aber ich sage jetzt nicht, ein... Ach so, nee, das ist irgend so ein Fisch. Ha, sah aus wie ein Pilz. Da ist irgendwas. An diesem Baumstamm. Sieht doch ganz komisch aus. Ah ja. Wow. Ist das ein Bär? Lüdi. I need you. Ich habe doch gerade einen Bär angehört. Das können wir auch mal machen. Wir haben so eine Quest mit so Bären. Vielleicht machen wir das heute noch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich habe so eine Quest. Wir sollen zehn Bärenpilze sammeln. Und wenn wir da drauf warten wollen, dass wir die irgendwie so sammeln. Wir haben jetzt gerade mal, also... Julia hat einmal einen irgendwo gelootet und ich habe heute einen irgendwo gelootet. Das ist nicht die Welle jetzt. Vielleicht gucken wir mal, wo so ein Bärengebiet ist. Und killen mal ein paar. Eier. Ach so, Fischeier. Ja, das sah aber aus wie ein Pilz, Mann. Gibt es so einen Pilz? Das sieht genauso aus. Hallo? Da muss man mir mal zugute halten. Wo ist denn die Brücke? Ich gehe noch mal zu der Brücke. Vielleicht stimmt die ja doch. Vielleicht ist die unter der Brücke in dem Wasser. Da drüben steht so ein Typ. Vielleicht weiß der was. Geh mal da hin. Da gibt es noch mehr als Fische, okay. Ah, das sind glaube ich nur wieder diese... ...Libelle. Oh, das habe ich die beinahe nicht gefangen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Oh. Ey. Ey, ich will nichts von euch. Ihr könnt euren Schatz behalten. Ich will das nicht. Schreib mich nicht an. Lass mich doch in Ruhe. Ich will nichts von euch. Nein. Ach, zeitgleich. Ungefallen. Geil, oder? Nice. Guck mal, beide gleichzeitig. Nice. Ich würde gerne einen Clip machen. Kann ich. Wenn ich jetzt einen Clip mache, ist es doof. Hinten Bischoflinge. Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Angler. Gibt es die wirklich? Okay. Dann gehen wir da nicht hin. Diese Schatz hier haben sie mich überhaupt nicht eigentlich. Ich wollte für den gar nichts. Ich wollte überhaupt nichts Böses. Warum die mich direkt angreifen? Ich weiß es nicht. Ich gucke nochmal nach Questmarker. Ja. Der ist direkt unter der Brücke. Oh, ich habe gerade einen Barsch mit der Hand gefangen. Natürlich. In der Realität, da fange ich auch mal Fische mit der Hand. Hier noch einen. Aber eine menschliche Leiche oder einen Zettel finde ich jetzt hier nicht. Okay, ein Zettel wäre auch seltsam. Wenn ich den Zettel unter Wasser hängen würde. Also irgendwie haut der Questmarker nicht hin. Der geht auch nicht weg, wenn ich da drüber laufe. Lehmgrube. Ja, krass, oder? Fand ich gut, die Aktion eben gerade. Ich bin zwar einmal gestorben, genau in das Ofen gerade. Aber das war cool, dass der auch mit umgefallen ist. Ich glaube, das werde ich mir rausschneiden aus der Folge. Und werde da einen Clip machen für YouTube. Oder Instagram. Oder sowas. So, X. Ach, guck. Da ist der Questmarker da unten. Ach, guck. Oh, wie traurig, Alter. Wie traurig, dass hier niemand einen Screechart machen kann. Lass mich doch mal. Manchmal muss man einfach das X anmachen, ne? Okay, das muss reichen. Muss mal da hinzukommen. Ich krieg's nicht gelootet. Jetzt. Riders Kette. Tollkirche Salz. Gold. Oh. Oh, Mann, oh. Ist nix mehr. Das stimmt eine Lüde hier vorbei. Ach, ist das traurig. Ich dachte, dass wir die irgendwie treffen. Wisst ihr, das kann doch mal ein Happy End geben bei so einem Spiel. Echt? Sondern ich beausschneiden bei so einem Spiel. Aber... Ich... Der aktualisiert mir die Quest nicht. Raiders Beutel. Oh, was mit R hieß die, ne? Mit E, E, Y. Nur eine Heizkette. Habe ich das Ding angelegt jetzt? Alter. Und ich hab's zurückgelegt, ne? Das ist ja blöd. Dann müsste ich mal kurz hier speichern und das mal neu laden. Noch wer wach? Ja, ich. Paar Zuschauer gucken noch. Weiß ich nicht. Das ist ja blöd jetzt. Der aktualisiert mir die Quest nicht. Warum? Weil ich hab eigentlich die, äh... Die Pilze nicht gesammelt hab hier. Schlachterfischeier. Schlachterfisch. Gibt's hier wirklich solche Fische? Ich weiß nicht. Ich speier jetzt hier mal. Und dann machen wir mal kurz, äh... Raylock. Als ob das hilft bei der Quest. Ja, ist die Frage, ne? Wenn nicht, muss ich die Stage hochsetten, dann einfach? Ja, mach mal. So. Ich hab nur die Halskette. Ah, das müsste zum Verabschieden vielleicht reichen, ne? Gespeichert hab ich ja. Ich verlass mal kurz. Daut ja nicht lange. Disktoop. So, wir sind sofort wieder da. Sehen wir das jetzt. Vielleicht wird da irgendwas nicht aktualisiert. Keine Ahnung. Warum oder wie. So. Das ist... Das ist... Das ist alles entladen, ist hier. So, jetzt seht ihr hier mein... Mein Modding-Dings. Mein MO2. Okay. Bin gespannt. Wenn nicht, kann man die Quest dann schon irgendwie... Denk ich mal... Hinschieben, dass die aktualisiert wird. Alles dieser Creation Club Content. Der ist halt nicht ganz so, gell. Teilweise nicht ganz so... Stabil. Stufe 40, ja? Alles klar. Ist die ID auch noch zufällig? Von der Quest? Dann können wir das dann noch vor Ort schnell machen. Ist halt... Bei dem Creation Club Zeug ist das halt so. Ist... Kann man nicht ändern. Und wir haben ja auch noch... Wir spielen ja... Wir spielen ja das auch noch über die... Together-Mod. Da kann es auch schon sein, dass das ein bisschen wagi ist. Ah, sehr gut. Danke. Direkt... Mein Chat hat mir direkt den richtigen Link gegeben. Ist das dann schon beendet? Kommen wir gleich mal den... Links raus. Ist das schon... Ist das schon dann beendet? Oder... Also er hat immer noch die... Oder muss ich noch zum Bruder? Ich würde gerne noch zum Bruder mit dem sprechen. Ne, ist nichts drin. Können wir uns mal die Stage angucken? Zack. Ja, wir haben jetzt... Achso, das geht wieder nicht, ne? Aha. Fuck. Hasse es. Kannst nicht reinkopieren, mein Dings. Alles klar, danke. Schreiben wir uns schon mal rein. Set Stage. Oder wir machen einfach mal in der Fall... Get Stage. Mal gucken, welche Stage wir haben. Das könnt ihr euch ja... Für die ein oder anderen Gebeeften, die daheim... Das... Stimmt, ja. Aber das soll wohl Buggy sein. Am besten ist es dann immer, den Dings herzuholen... diese Quest zurückzusetzen. Habe ich gelesen. Fatsch im... Reform... Äh... Oh Gott. I, V... A, R, S, T... E, A... D, E... D, E... 2... 30, ja. Wir haben 30 und wir setzen jetzt auf 40. Dann... Sollte... Sollten wir weiterkommen. Ja. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Weit, Gandalf. Du, bester Kumpel. Äh... So. Heizkette. Ja, wir haben die Heizkette. Ja, das ist halt nichts falsch gewesen. Nur die Quest wurde halt nicht aktualisiert. Das passiert manchmal. Gerade bei diesem Creation Club Content. Und Creation Club Content ist halt Buggy mit dem Together Mod. Und wir spielen ja aktuell über den Together Mod. Auch wenn wir nicht auf dem Server sind. Vielmehr trotzdem über den Together Mod. Wird ja auch über die ganzen DLLs dort geladen. Also... Denke ich mal... Dass es schon okay ist. Wenn wir jetzt die rein-sheeten. Da quasi die Quest. Äh... Wir haben natürlich noch einiges hier in... In Irre Stadt zu tun. Aber das machen wir dann auch mit der Julia. Soweit, so gut. Also machen wir jetzt mit der Karte. Und werden wir ihrem Bruder Bescheid sagen. Oh Mann. Schon ein bisschen traurig. Und da können wir gleich mal gucken, was wir noch abarbeiten können. Achso, ich wollte ja die Bärenquest machen. Stimmt. Die ist so schön grindy. Da freut ihr euch darüber bestimmt. Nur eine Ruhmrennung Bären suchen. Ist das der gewesen? Nee, ne? Ohne Kapuza, der ihr habt. Bränoin. Ich mag den nicht, den Bränoin. Wegernten tue ich mal nix. Wo? Nein. Nicht dein Ernst, Alter. Nicht dein Ernst, ey. Blutrache. Level 20. Was ein Pisser, Alter. Das ist doch nicht euer Ernst. Ja, Mann. Das ist alles, was du kannst. Blutrache. Zwei. Geil. Guck mal. Noch einer. Nice. Blödi, gib alles. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Nee. 1400. Alter. 1400. Warum landet der nicht mal? Bin ich mal mein, mein Sch... Ich hab ja die Mod gar nicht installiert mit den extra Drachen. Stebuck, ja. War nicht cheaten. Stimmt. Da ist noch... Ja. Ah. Na gut. Zwei Drachenseelen lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Spassi. Hier, guck. Schwert auf Schnauze. Und schön. Hast mal ins Gesicht geschrien. Ha, guckst du blöd, gell? Hoden. Stinkender Drachenhoden. Gut, dass wir von hinten links her... Oh, das Pferd ist tot. Nein. Ich hasse euch, Drachen. Wirklich. Doppel Drachenangriff hab ich noch nie gesehen. Echt. Die sind alle Braulings. Ja, Mann. Vielleicht warte ich bei dem Grautypen hier, was wir heute gemacht haben. Ja, hier, guck. 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 Schön. Du kriegst dir den Arsch ab, du gespaßt. Ja, guckst du blöd, du Mistvieh. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann das denn wahr sein, ey? Oh, ich find diesen Song so geil, diesen Doha. Doha Keen. Also, Drachenblut. Heißt das, ja? Doha Keen. Ja, ja. Nein. Ey. Nein. Oh, ich war so gut. Er war zu nah. War ich zu nah an dem Drachen? Das finde ich nicht so schön jetzt. Wie kann das überhaupt sein, dass er zwei Drachen gleichzeitig angreifen? Ach, schön. Puh. Ich glaube, Pferd, du wartest lieber hier. Wir wissen, was kommt. Oh, ich kann ihn umbenennen hier. Möchte ich gar nicht. Das ist echt die beste Pferdemod, die es gibt. Simplest Horses, heißt das. Hat Inventar, hat Umbenennen, hat Folgen, hat Pfeifen. Okay. We'll wait. Also, lass mal den mal warten. Die Frage ist, ich war zu nah dran in dem Scheißdrachen, wahrscheinlich. Ah, ich war jetzt wahrscheinlich zu niedrig hier, ich denke auch. Wurde ich immer eins gespammt habe, ab und zu. Muss auf eins noch liegen, ne? Zaubertrank, ja. Zaubertrank. Ich bin's auch der Ricks. Aber wir probieren es nochmal. Das wäre ja gelacht, wenn wir die zwei Dings uns nicht holen könnten. Ja. Das ist wahrscheinlich einfach der Endmove gewesen. Das war wahrscheinlich einfach zu wenig. Ich dachte, es ist besser drauf. Ich kann mal schnell mit dem reden in der Weile. Ey, du. Gleich kommt Drachen, es tut mir leid. Ich bin so nett zu Narfi. Narfi ist traurig, dass sie nicht mehr bei Raider sein kann. Okay, eure Dienstwerden nicht benötigt. Ich habe Raiders Halskette gefunden. Raider? Habt ihr Raider gesehen? Habt ihr ihr gesagt, dass Narfi weint? Habt ihr ihr gesagt, dass Narfi sich nicht verabschieden konnte wie von Mutter und Vater? Sie sagt, sie ist bald wieder zu Hause. Wollen wir ihn anlügen? Oder wollen wir ihm die Wahrheit sagen? Scheiße. Er ist halt geistig behindert, gell? Ich weiß nicht, ob er das versteht, was Tod bedeutet. Das ist doch die Grundfrage. Ich kann nicht anlügen. Ich muss ihm die Wahrheit sagen. Oder falls da jemand im Chat eine andere Idee hat. Aber ich würde ihm jetzt die Wahrheit sagen. Ich glaube, das ist es am besten. Oh, der bringt sich danach um. Aber wir haben ja gespeichert. Von daher. Wie in der Realität habe ich gespeichert einfach. Ach komm, wir sagen die Wahrheit. Oh nein. Nein, nein, nein. Narfi konnte sich nicht verabschieden. Du bist doch jetzt bei. Zumindest hat Narfi Raiders Kette. Erinnert Narfi an seine Schwester. Danke, dass ihr sie Narfi gegeben habt. Na klar. Abgeschlossen. Bring die Heilskette zu Narfi. Salz der Leere hinzugefügt. Todesglockenblumen. Vielleicht war das auch nur ein Bug gerade mit den 20 Drachen. Hat schon jemand so einen Doppelangriff erlebt von Drachen? Einer aus dem Chat vielleicht? Gibt es sowas oder ist das jetzt der Unbug gewesen? Hey Lüdi, was hast du? Ich gebe euch Deckung. Danke. Oh, ich habe mein Pferd noch. Ich folge. Vier. Okay. Krass. Also ist das nichts besonderes. Okay, danke. Da war die Information. Chat sagt, es gab schon vier Angriffen. Schwierig. Auf jeden Fall. Bleib ruhig sitzen, Narfi. Aber vergess nicht, du musst noch arbeiten. Für dein Geld. Wer ist es jetzt? Wohin es wird wahrscheinlich Nachmittag sein. So, 7.22 Uhr AM. Ist eigentlich ziemlich früh. Äh, ich wollte... Warum bin ich jetzt hier reingegangen? Ich wollte irgendwas machen. Hier kommen bestimmt wieder die Drachen, denke ich mal. Bin hier reingegangen. Ach, ich wollte mal gucken, was es unten gibt an... neuen Ingredienzchen. Ho, ho. Sehr gut. Ich würde oben nochmal ein bisschen Blasenbild anpflanzen. Höh, Blasenbild. Hör, die Treue. Wir haben ja jetzt noch... Wir haben ja... Wir haben ja genug... Äh, aktuell genug Heilmittel. Ach so, ja. Dragon Collection. Habe ich überlegt, ob ich die installiere. Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch, müssen wir erstmal gucken, ob die kompatibel ist mit dem, ähm... The Gather Mod. Also, ich möchte schon gerne mit Julia weiterspielen. Man könnte natürlich tausend andere, äh, äh, Mods installieren. Aber ich finde diesen... Gerade diesen, äh, Koop-Gedanke... Triffst du bei dem Spiel echt super. Also, ich finde es echt gut. Zwar, Buggy is fuck. Wenn man das so sagen darf. Aber es macht Spaß. Und das ist nur der Hauptsache. So, Blasenbild. Blup. Sehr... Ne, hier ist nix, ne? Aktiviere Boden. Und hier noch einen. Okay. Schön. Das wollte ich. Reich, wenn du wir jetzt hier, äh... Ja. Hab ich den ganzen Weizen reingestopft? Ne. Mit dieser sieben und fünf ist echt scheiße. Kann ich eins drücken? Ne, das geht nicht. Eins. Okay. Man sieht es halt so schlecht, ne? Nur an dem Huckel siehst du es eigentlich. Dass hier was gepflanzt wurde. Was hab ich jetzt gepflanzt? Nix Gutes. Ne, doch Weizen. Weizen. Ich pflanze hier noch schnell ein, die paar, die ich jetzt in der Tasche habe. Wau ich im Moment eh nicht. Und, äh, ja, wir können dann... Ich glaube, das Geld, was da... Was man verdient, kriegt man aus den Pflanzen, die wirklich existieren. Deswegen waren jetzt auch nur drei Blasenpilze unten. Also... Mal auf jeden Fall... Mehr Shit anpflanzen. Aber für den Moment soll das mal reichen. Was ist das hier? Achso, ne durchgewachsen. Schön. Die zwei da... Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den... Ich weiß nicht, ob ich den in Brenuinen überhaupt noch brauche. Da geht mir auf den Sack. So, keine Drachen bis jetzt. Nein, die sind halt random, die Drachenangriffe, ne? Wahrscheinlich, denke ich mal. So, Bärengebiet. Das war jetzt der Plan. Der Future-Plan, quasi. Äh, Jott, ich werde schon langsam präsig. Naja. Ähm. Hier ist so eine Jagdgesellschaft, die müssen wir suchen. Äh, bringe irgendwas. Hier. Aber ich glaube, da gibt es keine wirkliche... Kein wirkliches Gebiet dazu, ne? Das war auf jeden Fall in Falkenring. Das ist die Frage, wo das Bärengebiet ist. Ich habe nur eine Pferdekarte. Ich weiß nicht, ob es sowas auch für Bären gibt. Tja. Mein Sinnlos durch den Wald irgendein ist auch blöd. Die hat ja irgendwas gesagt, äh, damals. Tempa lang im Arm. In Ingwerstadt. Ingwerstadt war es. Ingwerstadt. Es war da, glaube ich, irgendwo in der Nähe. Das ist nicht blöd, dass wir jetzt wieder zurückgerissen sind, ne? Aber da steht, es fährt eh noch rum. Haben wir noch genug Reisebäckchen? Hier sind Drachenschuppen. Warum habe ich die in der Tasche? Wo habe ich denn die jetzt her? Habe ich die eben abgesprengt von den Viechern oder sowas? Oder habe ich die vorhin nicht ausgepackt? Als kann er, als ich die vorhin nicht abgelegt habe. Wie ist das Gewicht? Naja, nicht so. Aber geht. Zwei Reisebäckchen haben wir noch. Ui. Ich gucke mal, ob ich hierher stehen kann. Wir haben ja alles hier jetzt eigentlich. Jo. Da ist eine Schmelze. Eine Schmiede müssen wir auch haben, oder? Nafi ist jetzt traurig. Wartet immer noch auf Raider. Kein Schlaf. Ach, Nafi. Nein, nein, nein. Nafi ist jetzt traurig. Okay, mehr da nicht. Wartet immer noch auf Raider. Kein Schlaf mehr. Nein, nein, nein. Kann ich nicht herstellen. Mist. Ich dachte, ich kann die hier herstellen, die Reisebäckchen. Die, äh, Päckchen. Warum geht der in mein Haus einfach? Du hast nur deine Baracke. Ah, ne, der stützt sich davor. Ah, das war okay. Der Bärenpelz ist da drin. Besser durchsuchen. Scheiße. Echt. Geh weg. Lüdi. Geh weg. Lüdi, geh weg. Oh, Lüdi. Man kann es ja nach draußen manövrieren mit. Geh mal da hin. Ob ich hier den Silberbarn herstellen kann, den ein. Wir hatten doch irgendwas, was wir für Silberbarn brauchten. Was war denn das? Ah, ja. Silberhelm, fein. Silberstiefel. Was geil wäre, wäre so ein Kosmetik-Slot auf den Klamotten. Dass du sagen könntest, ja, hier kommen Ausblenden weg. Dass das nicht geht. Ah, da gibt es, glaube ich, eine Mod. Hochwertig, hochwertig, fein. Machen wir erstmal die Stiefel, machen wir erstmal, äh, fein. Das ist schon gleich hochwertig. Die springt gleich von, von, äh, auf hochwertig. Okay. So, da fehlt mir noch ein Silberbarn für, den, äh, Helm. Und dann, mal sehen, wie hoch ist unser Rüstungswert jetzt. Wir kommen auf jeden Fall hoch. Das ist schon mal gut. 204 haben wir jetzt. Das war auch nicht die Welle, aber was soll das? So, wir gehen nach den, äh, wie spät ist? Irgendwas, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, nach Ingmarstadt, Ingolfstadt, ab nach Ingolfstadt. Vielleicht können wir da so ein Ding herstellen, auch für Schnelle. Und dann müssen wir uns wirklich mal beschäftigen mit dem ganzen Schmieden hier übrigens. Das kann man bestimmt irgendwo auch hochleveln, wenn man ein bisschen Geld bezahlt irgendwo. Oh, jetzt ist es 2.19 Uhr. Ja, ich hoffe, wir kriegen hier ein Zimmer. Ich könnte aber mich einfach auf die Straße setzen und warten, aber das ist ein Roleplay-Game. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, dann lasst es mich einfach wissen. Jo. Hier verirren sie. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Danke. Entschuldigt, mein Herr. Möchtet ihr, dass ich euch etwas auf meiner Laute vorspiele? Wenn euch der Sinn nach etwas Musik steht, dann lasst es mich wissen. Wie erwünscht, mein Herr. Ist egal, ich habe dir nur 5 Gold gegeben dadurch. Kennen wir schon die Lieder. Danke. Lassen wir wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Ja, es wäre schön, wenn du aus meinem Zimmer gehen könntest und ich bin weg von meinem Bett. Das ist ja creepy. 5 Stunden müssen reichen eigentlich. Vielleicht kann ich dir nochmal anlaufen mit den Bären, ob der eine Idee hat, wo die Bären sind. Weiß ich nicht. Ich muss diesen Blut, ich muss diesen Wehrwolf-Scheiß loswerden. Geh mal weg. Lüdi. Danke. Weißt du was von den Bären? Wir verhören sich nicht allzu viele Besucher hin. Es sei denn, sie sind unterwegs nach Hochrodka. Da war ich schon. Äh, Hügelgrab. Äh, warst du das schon mal erkundet? Es ist ein langer Weg nach unten. Da brauchen wir noch schon. Da waren wir noch schon. Wir haben schon alle. Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Jemand muss etwas unternehmen. Hä? Wo denn? Wo denn? Oh, der Bär. Guck hin. Den braucht der nicht, oder? Eins haben wir jetzt schon. Wo ist die Oma hin? Bist du das gewesen? Tempo? Ja. Habt ihr mal gesehen, was Bären? Ich muss schon ganz Himmelsrand nach unberührten Bäumen in der richtigen Größe absuchen. Das kostet zu viel Zeit. Mein Geschäft geht den Bach und hätte ich nicht alles Gold in meine Mühle gesteckt, wäre ich schon längst aus Ivarstack verschwunden. Die selbe, ich hab gedacht, die weiß, die sagt uns vielleicht, jo. Das will ich tun, sobald ich die gefunden hab. Ich hab vorhin noch drüben auf der Insel einen, also bin in der Nähe von der Insel eingehört. Hier sollen wir ein bisschen rumsuchen. Jetzt haben wir schon zwei von den Dingern. Also einen hab ich, einen hab ich in der, im Farmhaus. Oh, was ist denn das hier? Sieht ja abgefahren aus. Feuerschleierhügel. Oh, hä? Das ist doch nichts Gutes hier, oder? Das ist doch bestimmt irgendwie, da werden so Rituale abgerhalten. Glaub ich ja. Rituale. Ey, du fährst... Na, wo bist du, Bär? Zehn Bären, das ist aber hart. Können wir nicht alles schaffen heute. Einen haben wir schon mal, also zwei insgesamt. Aber so nebenbei wird's nix irgendwie. Weil so nebenbei trifft man ganz selten Bären irgendwie. Aus irgendeinem Grund. Vielleicht sind wir noch nicht in dem richtigen Gebiet unterwegs. Das ist ein Hasen. Das sind alles nur steile. Das hat die Frage, gell? Ich hab für, für, äh... Für Pferde gab's so ne Karte. Zu kaufen. Die gibt's, weiß ich nicht. Für, was die für Bären gibt, weiß ich nicht. Als Mod sicher, aber wir wollen's ja nicht als Mod jetzt. Müssen wir nicht für alles ne Mod, äh, drauf machen. Die werden nicht am, am Ufer herumrennen, die Bären, denk ich. Das ist ein ganz wichtig. Egal, wie viel Bären wir jetzt rauskriegen hier noch aus dem Spiel. Müssen die auf jeden Fall, bevor wir ausloggen und ins Bett gehen, müssen wir die noch, müssen wir die noch rauskriegen aus der Tasche. Weil ich kenn mich. Beim nächsten Mal, oh geil, da müssen wir mal Pelze erstellen. Müssen wir hier mal Lederstreifen machen. Äh, ach scheiße, da war der Bärenpilz dabei. Das wird auf jeden Fall passieren. Wo? Wo? Ehrlich, Mutter. Level 28, seid ihr nicht ganz glatt, oder was? Was ist das für ne Scheiße, Alter? Er macht doch was. Magisches Leichentuch. Und Glühirgendwas. Da hast du wahrscheinlich so hocheffiziente, äh, äh, hocheffiziente Ressourcen, die du für irgendwas brauchst. Und dann, weil du sie brauchst, hast du sie nicht. Aber jetzt hab ich schon mal ein Leichentuch. Nö, die sag mir doch mal, wo die Bären sind. Sag mir, wo die Bären sind. Wo sind sie hier geblieben? Ähm. Oh, was ist denn das hier? Wollte der gar nichts tun, aber warum die einen mal angreifen müssen? Jetzt Krieger aus Mündel. Ah, Beschwörung von 18. Nehmen. Korb. Ach, guck. Schatulle. Korb weggenommen, Schatulle drunter. Weißt, ob das so gewollt ist. Aber auf jeden Fall, äh, gab's da jetzt zwei Granatsteinchen. Was? Ja, steh ich im Weg. Blöde Kuh. Was ist das? Blühstaub. Die Körbe und so, das brauch ich eigentlich nicht. Weiß nicht, ob man das als Deko irgendwo entstehen kann. Wahrscheinlich. So, ich check mal kurz im Internet, wo dann so ein Bärengebiet ist. Ich hoffe, ich mach da cheat. Ich, äh, spoilere mich damit nicht. Ähm. Skyrim. Bärengebiet. Bären, Skyrim. Wiki. Dafür ist aber eine Wiki da, ne? Braunbären, Höhlenbär. Nähbären. Bären Pelz, Bären Klaue. Varianten. Das letzte Mal hab ich das bei Red Dead Redemption gemacht. Da haben wir irgendwie so einen Bieber gesucht oder sowas. Und da hab ich den ganzen Part, den ganzen Weg da abgesucht. Das war der Armer. Da hab ich auch drei Folgen hier gebraucht. Das ist auch ein geiles Spiel, Red Dead Redemption. Aber das da Rockstar abgezogen hat mit der Switch, mit der Switch-Version. Also da, Respekt und do it. Ohne Witz. So. Der Höhlenbär muss wahrscheinlich nur in Höhlen sein, ne? Ich guck nur schnell im Internet und suche den allerdings. In der Höhle beim Bären Helgen. Achso, ja klar. Geigenfelsen. Man findet den Pelz relativ häufig in ganz Himmelsrand. Und natürlich im Inventar eines jeden normalen Bären. In der Höhle. Galgenfelsen. Frost. Plus Leuchtturm. Okay, Galgenfelsen. Klingt gut. Galgenfelsen. Das kennen wir, Galgenfelsen. Ja, ist immer so, ja. Dragandalf. Das kenn ich. Das ist bei jedem Spiel so, ne? Ich weiß nicht, ob du Ark gespielt hast. Überall, ja. Den Weg von... Nach Riften. Ah, das ist aber auch eine gute Idee mit dem Riften. Danke. Hassi. Ne. Vergessi. Was haben wir uns geeinigt? Das ist gut. Jetzt bin ich schon ein bisschen hier runter, ne? Nicht so gut. Sei denn, du hast ne Quest, dann kriegst du keine. Ja, das ist wie, ich weiß nicht, ob du Ark gespielt hast. Das ist auch noch so ein Thema mit dem Ark, mit dem neuen Ark. Weiß nicht. Eigentlich, eigentlich hast du schon gefollowt, ja. Ähm, und... Da ist es ja auch so, wenn du sagst, ja, heute Nacht, heute hole ich mir, äh, ein Agentarwiss. Und dann bist du... Das ist ja lustig. Du bist eben gerade gefolgt und vor vier Tagen. Das ist ja cool. Dann bist du Nummer 400, glaube ich. So, aber ob wir noch einen Bären finden, das sehen wir leider aus der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und, äh, ja. Wir sehen uns in Sofengarn. Sofengarn.